schön dass du wieder dabei bist bei deinem podcast erfolgreich glücklich sein hier ist christina von herz über kopf deinem podcast der dich dabei unterstützt in dein ganzes strahlen in dein potenzial und in die erfüllung deiner herzenswünsche zu kommen und ich möchte heute ein podcast aufnehmen für sarah die auf unserem visions seminar war in frankfurt und die eine frage hatte nämlich wieso ist meine aufmerksamkeit immer bei den anderen und liebe sarah ich kann dir sagen dieser podcast hat mich sehr beschäftigt ich habe den nämlich letzte woche zu hause dreimal für dich bereits aufgenommen und jedes mal habe ich da all mein herzblut reingelegt und ja voll voll gas gegeben quasi und jedes mal hat mein handy währenddessen einfach abgeschaltet und es war nicht zu gebrauchen und alle die mich kennen wissen dass das thema geduld immer mal wieder so ein themachen für mich ist und ich war total stolz auf mich dass ich so ruhig geblieben bin und diese übung einfach angenommen habe dann eben es einfach normal zu machen und war dann doch ziemlich frustriert nach dem dritten mal als es immer noch nicht wirklich aufgenommen hatte und habe es dann einfach zur seite gelegt und das ist vielleicht so eine idee für dich auch heute wenn du merkst es will einfach nicht funktionieren und es soll heute möglicherweise nicht sein dann leg es einfach weg was auch immer es ist und mach es irgendwann noch mal anders wenn die energie vielleicht anders ist und die zeit dafür reif und so ist heute für mich die zeit dafür reif ich bin gerade in der inspirations coach ausbildung hier in frankfurt mit unseren 62 teilnehmern und ich freue mich sehr dass ich jetzt heute diese frage für dich endlich mal beantworten kann weil es eine frage ist die mich auch lange beschäftigt hat und ich glaube es gibt viele gründe dafür warum wir mit unserer aufmerksamkeit eher bei den anderen sind als bei uns möglicherweise könnte einer der gründe sein dass es uns sicherer fühlen lässt wenn wir die anderen im blick behalten wenn wir also mit unserer aufmerksamkeit eher bei den menschen sind die uns zum beispiel wichtiger sind als vielleicht sogar im moment noch wir selber das heißt also wir geben uns selbst sicherheit wenn wir wissen was bei den anderen los ist und wenn wir da sehr achtsam sind und eben auch immer für die anderen da dann fühlen wir uns vielleicht auch wichtig oder gewertschätzt und wir haben vielleicht dann eher das gefühl dass wir einen sicheren platz hätten weil wir sind ja immer sehr aufmerksam wir kommen ja alles beim anderen mit und was natürlich auch noch so ein grund ist weshalb wir mit der aufmerksamkeit bei anderen sind ist dass wir dann natürlich auch nicht so unbedingt bei uns sein müssen mit der aufmerksamkeit das ist also quasi auch ein stück weit eine ablenkung ist von uns selbst und vielleicht auch von den themen die sich sonst zeigen würden wir vielleicht sonst an gefühle heran kämen die gar nicht so positiv wären in uns und vielleicht auch an so ein gefühl alleine zu sein und ich bemerke das immer wieder auch bei frauen die in partnerschaft sind und bei denen vielleicht die partnerschaft gerade nicht so gut funktioniert dass sie tatsächlich sehr mit ihrer aufmerksamkeit bei ihrem mann sind oder bei ihrem freund dass sie immer darauf achten dass es ihnen gut geht und doch das ist im grunde so eine ablenkungsstrategie und wahrscheinlich eine strategie die schon als kind entstanden ist also eine strategie mit der du dich einfach sicherer gefühlt hast und da darfst du gerne noch mal so zurückgehen in deiner kindheit und noch mal schauen wie hat sich das denn als kind für dich angefühlt hast du dich da sicher gefühlt hattest du einen guten platz in deiner familie oder war es immer so dass du das gefühl hattest du musst schauen wo du bleibst du brauchst irgendwie aufmerksamkeit und vielleicht hast du die bekommen dadurch dass du eben so aufmerksam bei den anderen warst und gefühlt hast wie es ihnen gerade geht und was die gerade brauchen und dann hast du es vielleicht auch gleich bedient oder gemacht oder sie unterstützt und war es dann eher bei den anderen das heißt also es kann sein dass du mit all deinen sensoren eher in deinem umfeld warst bei mir war es damals so weil meine mutter sehr sehr unkontrollierbar war total manisch depressiv so dass man nie wusste was jetzt als nächstes passiert wenn sie die türe reinkommt und so habe ich mich selber darauf trainiert meine sensoren immer im außen zu haben so dass ich eben sicher war so dass ich wusste okay ich habe es schon gefühlt wenn sie kam und ich habe schon gefühlt mit welcher energie sie kommt und konnte mich dann schon sichern oder schützen ich war dann schon klar darüber was jetzt gleich passiert und konnte irgendwie schritte einleiten um es für mich möglichst lebbar zu machen und vielleicht hast du ähnliches erlebt oder aber du hattest einen elternteil das immer schwach war oder das gefühl dass es das dass es ihnen nicht gut geht war im raum und du hast immer versucht sie auf diese art und weise zu stabilisieren indem du eben nicht wirklich auf deine eigenen bedürfnisse geachtet hast sondern eher auf die bedürfnisse der anderen und das ist natürlich auch das thema dabei dass wir unsere eigenen bedürfnisse ein bisschen aus dem blick verlieren und manchmal sogar gar keinen kontakt mehr dazu haben und das ist auch so die einladung an alle die heute zuhören und die dieses thema anspricht schau doch heute mal was dein bedürfnis ist immer mal wieder so am tag fühle einfach mal so in dich rein was würde ich jetzt brauchen denn normalerweise haben wir einen sehr guten kontakt zu unseren bedürfnissen wir fühlen die vielleicht so im bauch genauso wie beim essen das spürst du ja auch wenn du noch kontakt zu dir hast was dir jetzt gut tun würde wonach dir jetzt ist und dann ist auch so ein natürliches sättigungsgefühl da weil du spürst okay jetzt genügt es du hast so einen guten kontakt und weißt genau was du jetzt brauchst das heißt wenn das so ist hast du einen guten kontakt auch zu deinen bedürfnissen wenn du aber mit all deinen sensoren immer eher im außen warst dann kann es sein dass du diesen kontakt zu dir selbst verloren hast und dann kann sehr sehr gut helfen wenn du einfach dich für einen moment hinsetzt immer mal wieder am tag und atmest deine füße auf dem boden spürst vielleicht sogar den fokus sehr auf den atem legst und auf den körper und dabei immer wieder einfach nur in dich hinein fühlst um wieder mehr bei dir anzukommen dann kann eine sehr gute unterstützung sein dass du dich beobachtest am tag und mal so wahrnimmst wo sind denn gerade meine sensoren sind die bei mir oder sind die schon wieder im außen und das fühlst du ja ganz leicht wenn du so spürst bei den anderen wie es denen gerade geht dann fragt ich habe ich jetzt gerade noch kontakt zu mir fühle ich denn jetzt überhaupt noch meine füße auf dem boden spüre ich denn meinen körper spüre ich meinen atem und wenn dem so ist alles gut dann hast du deine sensoren auch bei dir und nicht nur im außen aber sollte es so sein dass sie noch sehr im außen sind dann entscheide dich einfach ganz bewusst in diesen momenten dazu diese sensoren einfach wieder zu dir reinzunehmen und in dem moment wo du das machst bist du wieder mehr bei dir helfen kann auch dass du dir eine schöne musik anmachst und dass du in die natur gehst dass du vielleicht morgens zehn minuten yoga machst dass du dir immer wieder zeit für dich gönnst in der du dich nicht ablenkst mit irgendwelchen dingen e-mails handy oder gesprächen sondern zeit für dich mit dir das muss ja gar nicht lange sein aber immer mal so ganz kurz am tag einfach um mal zu fühlen wie es gerade ist was du gerade brauchst du kannst du einen schönen warmen tee trinken dich in deine decke kuscheln dir abends einen schönen film anmachen auch das kann helfen um wieder mehr kontakt zu dir selbst zu bekommen und mach dir immer wieder bewusst was sind deine bedürfnisse und was ich halt auch ganz wichtig finde ist sich wirklich zu fragen wenn du das thema noch hast mit dem dass die aufmerksamkeit immer bei den anderen ist dass du dir ganz ehrlich mal aufschreibst okay was ist an dieser strategie mein gewinn und was ist der preis den ich zahle wenn ich das so mache denn es gibt immer auch ein gewinn und vielleicht erinnerst du dich an den anfang des podcast da habe ich einen teil des gewinns schon genannt nämlich dass du eben dann dich vielleicht sicherer fühlst dass du aufmerksamkeit bekommst dadurch dass du aufmerksamkeit schenkst dass du vielleicht auch besonders wertschätzend behandelt wirst weil du ja immer auch irgendwie fühlst was der andere braucht weil du ja auch da bist wenn man nicht braucht alles gibt uns so ein gefühl von wichtigkeit von wichtig zu sein von einen sicheren platz auch zu haben und von gewertschätzt werden aufmerksamkeit zu bekommen und der preis den du dafür zahlst der kann entsprechend sein dass du dich selber nicht mehr fühlst dass du dich selber oft vergisst dir vielleicht sogar wünschst dass die anderen das genauso tun würden mit dir aber da du es selbst noch nicht machst werden es auch die anderen nicht tun das heißt wenn wir uns aufmerksamkeit wünschen von den anderen dürfen wir uns selbst erst mal aufmerksamkeit schenken und so kann es sein dass du durch das leben gehst ohne dass man dir so richtig aufmerksamkeit schenkt und du leidest vielleicht sogar noch darunter und das ist sicherlich ein stück weit auch dieser überlebensstrategie geschuldet die vielleicht aus deiner kindheit kommt und da kannst du ruhig auch noch mal schauen wenn du preis gewinn aufschreibst wie hat dir das denn früher gedient was war denn früher da der gewinn und was war früher vielleicht auch schon der preis und dann beziehst du es aufs heute und schaust auch heute noch mal okay was ist denn heute der gewinn und was ist heute der preis und in dem moment wo wir das so schriftlich vor uns sehen da können wir uns auch neu entscheiden da wissen wir plötzlich ganz genau ob das noch hilfreich ist und wenn es das nicht mehr ist dann lässt du es einfach mehr und mehr sein indem du übst bei dir zu bleiben durch verschiedene möglichkeiten die ich ja schon genannt habe vielleicht sogar auch meditation oder yoga oder sport oder joggen was auch immer dir dient um wieder mehr bei dir anzukommen ja und jetzt bin ich sehr dankbar dass ich dir endlich diesen podcast schenken kann dass es diesmal auch wirklich funktioniert hat und wünsche dir eine wunderschöne zeit und vielleicht hast du sogar lust am 25 januar zu uns zu kommen zu unserem power inspirationstag in frankfurt friedrichsdorf und wenn du kinder hast bring sie mit denn unser mood camp wird starten am 25 und 26 januar im gleichen hotel sonntags morgens auch mit uns an dem anderen tag mit bianca unserer master inspirations coachin die das sehr sehr gerne für uns übernimmt mit einem tollen team an ihrer seite so dass auch die kinder ab 16 wirklich immer mehr in ihre vision kommen können alte muster und noch immer schwerliche erfolgsverhinderer zurücklassen können und voller kraft und mit ganz viel power in ihr neues vielleicht ja jetzt gerade an einem punkt stehen im leben wo es jetzt in eine neue phase geht ja wo sie es wirklich neu und kraftvoll beginnen können also vielleicht ist es eine gute idee für den januar für euch wir freuen uns auf jeden fall euch zu sehen wo auch immer wann auch immer vielen dank dass du so schön unseren podcast hörst und dass wir dich inspirieren dürfen bring dein strahlen in die welt weil dein strahlen diese welt ein bisschen schöner macht vielen dank für dich bis bald tschüss